Musik Mit seiner malerischen Lage ist Nierstein nicht nur eine der schönsten Weinbaugemeinden Rheinhessens, es ist auch das am stärksten wachsende Zentrum entlang des Rheins zwischen Mainz und Worms. Für uns als Sparkasse Mainz ist Nierstein darum auch ein bedeutender Fixpunkt in unserem Geschäftsgebiet. Als ältestes Kreditinstitut der Region gratulieren wir der Stadt Nierstein sehr herzlich zu ihrem 1.275-jährigen Jubiläum. Die wirtschaftliche Entwicklung vor Ort haben wir stets sehr aktiv begleitet. In jüngster Zeit zum Beispiel mit den Schlossgärten. Am Fuß des ältesten Weinbergs Deutschlands, der Glöcke legen, haben wir gemeinsam mit unseren regionalen Partnern und unserer Immobilientochter eine der Premiumlagen Rheinhessens sehr erfolgreich entwickelt. Umgeben vom historischen Kern der Altstadt und in direkter Nachbarschaft zum Dahlberg-Herdingenschen Schloss ist so eines der vielfältigsten und begehrtesten Immobilienprojekte der Region entstanden. Viele neue Bewohner haben wir auch als Finanzierungspartner in ihr neues Zuhause begleitet. Wir sind fest davon überzeugt, nur wer die Region und die Menschen vor Ort kennt, kann für beide ein starker Partner sein. Und dafür wird sich das Team der Sparkasse Mainz in Nierstein auch in Zukunft mit ganzer Kraft und rein hessischer Leidenschaft engagieren. Musik 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 realistic